The Overwatch is coming, because you let's go running. The Overwatch is coming, heroes never stop. Moin moin, Hero Maniacs, hier ist Sascha und ich begrüße euch am heutigen Dienstag zu einem neuen Overwatch-Video. Puh, das ging nun aber verfluchtflott. Da habe ich mit euch am Sonntag erst über die Buffs von Bastion und D.Va gesprochen und zwei Tage später haben wir nun die harten Fakten, wie dieser Buff von Bastion aussehen wird. Denn Jeff Goodman war mal wieder in den offiziellen Foren unterwegs und hat dort die Bastion-Änderung im Detail angesprochen. Und bevor nun alle losschreien, muss ich zugeben, dass ich diese Änderung wirklich sehr durchdacht finde, denn anstatt einfach nur einzelne Aspekte von Bastion zu buffen, hält Bastion quasi so eine Mischung aus Buffs und Nerves, die aber tatsächlich seinen Fokus wechseln lassen. Und ich würde sagen, wir beginnen einfach mal mit den Änderungen, damit ihr wisst, worüber ich spreche. Ja, beginnen wir einfach mal mit dem Recon-Mode, also dem Modus, wenn Bastion auf zwei Beinen unterwegs ist. So plant Blizzard, die Streuung der Waffe zu senken und die Magazingröße zu erhöhen. Und tja, machen wir uns nichts vor, momentan gibt es in der Regel ja wirklich nur einen Grund, warum man im Recon-Modus rumlaufen möchte. Und das ist einfach, um sich neu zu positionieren. Ansonsten sitzen die meisten wirklich im Sentry-Mode und warten auf unerfahrene Ziele. Mit weniger Streuung in seiner Waffe kann Bastion zukünftig aber Ziele auf größere Entfernung natürlich deutlich gefährlicher werden. Und das größere Magazin erhöht im Umkehrschluss natürlich auch irgendwo seinen Schaden. Wenn er natürlich weniger nachladen muss, weil das Magazin größer ist, wird natürlich auch eine Menge mehr Schaden rausgehauen. Sicherlich müssen wir uns irgendwo nichts vormachen. Ich bezweifle, dass Bastion jemals Soldier vom Schaden her gefährlich wird. Jedoch könnte der Recon-Mode endlich eine Option werden. Und das nicht nur, weil man sich gerade mal in der Turret-Form irgendwie umsetzen möchte, sondern wirklich, dass man sagt, hey, ich laufe im Recon-Mode rum und ich kann jetzt da vernünftigen Schaden machen. Also wirkt im ersten Moment zumindest auf dem Papier für eine relativ gute Änderung. Im Sentry-Mode, wenn Bastion sich also quasi zum gefürchteten Geschütz umgebaut hat, scheint sich aber deutlich mehr zu ändern. Also erhöht sich zukünftig Bastions Streuung der Waffe und er macht fortan keine Headshots. Gleichzeitig möchte Blizzard Bastion im Sentry-Mode eher als Tank oder Barrieren-Killer positionieren. Und da macht es natürlich Sinn, dass man seine Streuung erhöht und die Headshots wegnimmt. Und das ist erstmal für seine Gegner eigentlich eine ganz gute Nachricht. Denn Bastion wird fortan vermutlich keine Soft-Targets mit sehr wenig Leben, also eine Tracer und Co., einfach so auf eine mittlere Distanz wegsnipen können. Denn mit dieser erhöhten Streuung haben Ziele natürlich auf eine höhere Entfernung deutlich bessere Chancen. Und das ist erstmal fürs Balancing eine relativ gute Sache. Das heißt, Bastions Waffe im Turret-Modus wird tatsächlich ein wenig genervt, also verschlechtert. Ja, der Grund dahinter habe ich ja gerade schon genannt. Blizzard möchte Bastion eher als Barrieren- oder Tank-Killer ansehen. Und das heißt, Bastion wird zukünftig eher versuchen, die Tanks auszuschalten und durch Reinhards oder Symmetra-Schildballern hier und da natürlich auch Winstons Bubble poppen lassen und sich einfach auf diese Sachen konzentrieren. Denn anders als vorher, wo Bastion ja immer diesen Hedgehog-Modifikator hatte, hat er nun auf eine mittlere Distanz weniger Chance dafür. Und kleinere Ziele werden durch die Streuung natürlich deutlich bevorteilt. Ja, denn wir müssen uns ja nichts vormachen. Größere Ziele bieten einfach eine größere Angriffsfläche. Und das ist natürlich dann primär das, was Bastion rauspicken möchte. Ich meine, natürlich vorher hat Bastion auch schon primär auf den Reinhardschild geballert, wenn Reinhard da war. Aber jetzt soll das wirklich seine Primäraufgabe sein. Reinhardschild runternehmen, Reinhard töten, eine Diva töten. Die wirklich großen Ziele, wo die Streuung nicht ganz so sehr ein Problem ist. Und natürlich müssen wir uns nichts vormachen. Wenn eine Tracer einem Bastion vor die Flinte läuft, wird er sie trotzdem noch erledigen können. Aber auf eine mittlere Distanz haben die Squishies, die Soft-Targets, einfach endlich eine Chance gegen Bastion. Für mich wirkt das wirklich nach einer sehr gelungenen Änderung. Also zumal Blizzard hier natürlich einen relativ konstanten Weg geht. Und auf der einen Seite natürlich auch weiterhin so ein bisschen die Tanks nerft, ohne die Tanks wirklich selbst anzufassen. Und wir müssen es ja nichts vormachen. Tanks sind unglaublich stark im Spiel. Und das ist im Grunde genommen eine weitere Änderung, die dafür sorgt, dass Tanks ein wenig abgeschwächt werden, indem man Bastion einfach neu positioniert. Ja, gleichzeitig soll Bastion dann deutlich weniger Schaden nehmen im Sentry Mode. Und wie das aussieht, hat Jeff noch nicht verraten. Natürlich denken wir im ersten Moment jetzt erstmal daran, es wird wahrscheinlich Schild oder Rüstung sein, die Bastion irgendwie widerstandsfähiger machen lässt. Das wäre zumindest eine logische Schlussfolgerung. Also ich denke nicht, dass er sein Schild zurückbekommt, den ich euch die Tage gezeigt habe. Diesen tausende Punkte starken Schild, den er vor sich hatte. Weil das war OP, das hat in keinster Weise funktioniert. Also es wird vermutlich irgendwo auf Schild oder Rüstung hinauslaufen, dass Bastion auch mal mehr als, ich sag mal, einen Treffer aushält. Denn in der Regel ist es ja so, wenn ein Sniper auf Bastion anlegt, dann fällt der Roboter nun mal schneller, als ihr Ganymede sagen könnt. Abschließend gibt es dann aber auch noch Änderungen an der Selbstreparatur. Und hier bin ich ein bisschen überrascht. Denn anders als vorher kann Bastion sich nun während der Bewegung und auch während er schadendem teilen. Das neue System vergleicht Jeff daher so ein bisschen mit Divas Defensivmatrix und wie die funktioniert. Doch Jeff soll die Fertigkeit sich dadurch zum ultimativen Survival-Tool entwickeln. Und ganz ehrlich, diese Änderung wirkt auf dem Papier nach einer ziemlich großen Änderung. Ich meine, bisher war es ja immer so, wenn Bastion sich heilen wollte, er musste sich irgendwie aus dem Kampf rausziehen. Oder man musste sich immer so ein bisschen rausnehmen, sag ich einfach mal. Also stehen bleiben war immer ein Problem, weil du konntest angehittet werden, wenn du gerade am Heilen warst. Das heißt, du bist immer ein bisschen weggelaufen vielleicht. Und diese Änderung, dass man jetzt aus einer Bewegung heraus sich heilen kann, das wirkt schon ziemlich krass, um ehrlich zu sein. Und in meinen Augen ist das auch eine Änderung, die dafür sorgen könnte, dass Leute mehr den Recon-Mode nutzen. Denn vorher musste man sich ja, wie gesagt, rausziehen. Jetzt sieht es so aus, du bist im Kampf und kannst dich mittendrin, wenn deine Defensivmatrix, nenne ich es mal, gerade nicht auf Cooldown ist oder nicht aufgebraucht ist, dann kannst du dich mitten im Kampf heilen. Du musst also nicht erst irgendwie wegrennen, ein Healthpack suchen. Bastion kann viel mehr im Kampfgeschehen drin bleiben. Und das ist eine relativ coole Änderung. Gleichzeitig ist es aber auch eine Änderung, die hoffentlich dafür sorgen wird, dass Bastion so ein bisschen von diesem Ruf wegkommt, dass er ja der einmal positionieren und kein Skill benötigen Charakter ist. Denn wenn Blizzard es wirklich schafft, Bastion so aufzustellen, dass er zukünftig mehr im Recon-Modus genutzt wird und man sich wirklich nur noch umbaut, um dann wirklich die Tanks in Schacht zu halten, dann steigert das natürlich irgendwo auch so ein bisschen den Skill des Charakters. Und am Ende des Tages hat Bastion einfach auch viel mehr Optionen. Bisher ist es halt so, Bastion wählen, aufstellen, drauf feuern. Zukünftig könnte es dann wirklich so sein, dass man überlegt, okay, macht es Sinn, hier im Recon-Modus zu laufen? Muss ich den Sentry-Modus einschalten? Mehr Optionen sind immer gut. Und ganz ehrlich, ich habe es die Tage ja nicht ohne Grund erwählt, dass Bastion sowohl am PC wie auch in der Konsole die niedrigste Pickrate hat. Also zweitniedrigste Pickrate, um ehrlich zu sein. Das heißt, wir müssen uns nichts vormachen, Änderungen waren hier notwendig. Auch wenn jeder mal meint, Bastion wird so viel gepickt und ist so mächtig. Aber Bastion hat nun mal die meisten Konter im Spiel. Und deshalb waren Änderungen wirklich notwendig. Ja, laut Jeff soll der PTA-Patch schon in Kürze erscheinen. Also es würde mich nicht wundern, wenn das Ganze vielleicht diese Woche noch aufschlägt. Und dann schauen wir uns die Änderungen mal wirklich im Spiel an. Bis dahin, lasst uns ein bisschen in den Kommentaren diskutieren. Wie haltet ihr die, was haltet ihr von den Änderungen? Was denkt ihr? Ich finde es auf jeden Fall super interessant, was Blizzard hier tut. Es ist kein kompletter Rework, den man hier vornimmt, aber man ändert schon so ein bisschen, wie Leute Bastion spielen. Und das könnte eine große Sache werden. Wie bitte ist eine große Hühnerin. Untertitelung des ZDF, 2020